Hallo und herzlich willkommen zurück zu Axiom Birch Oh Leute, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers Was geht? Up ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends Wir spielen ein A-Round Ich glaube, da haben wir unseren Asteroiden auf den wir parken wollen, oder? Ja! Wir haben mal diesen hier im Gravitationsbereich Halt! Da sind noch mehr! Wo? Hier oben sind noch mehr! Dann fliegen wir da erstmal hin Ey, so nah wie möglich haben Gravity fehlt Ja! Jeden die hier, desto besser Hm? So, äh, haben Gravity? Ähm Wieso habe ich keine Energy? Ist auch nicht der Hydro ist leer Der Hydro ist leer Nein! 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 Fuck! Warum? Wir bremsen! Wir bremsen! Wir bremsen! Das ist nicht schlecht genug Bevor wir das machen, dann wieder beschleunigen Verdammt Ahaha! Ahaha! Geht im letzten Moment What's the Hydro house? Hop 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 Ach, leck mich Hop 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 Ach, leck mich Hop 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 Mh Hallo funktioniert Eins wegen zwei Alter, so habe ich schon wieder ein Team Moobdau Oh, Junge Meins 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 Na du kleine Schlappschüsse Follow up Leute Meins Oha Komm mal drinnen da Ne Hahahaha Hahahaha Jetzt hast du noch ne schon so nen Panther ne Fetter, 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 fetter! All in! Das? Wie viel brauch ich für nen Dingens? Ganz ehrlich? Das Ding wird so was von kaputt gehen! Ich hab nen Plan! Willst du mehr Dingens bauen? Ich bau mir nen Traster da dran. Ja, wir sind aber auch schon bei 0,2 G, was erwartest du? Ah! Bin tot! Bin tot! Das Ding ist ja natürlich, der Wirkungsrad von den Dingen wird ja immer geringer. Scheiße, stimmt. Oh nein! Safe, safe, safe. Alles klar. Wer ist mein Traitor, Kollege? Ich glaub ihm das, ich mach ihn weg. Wenn du das jetzt tust, werde ich nicht den Rest des Jahres random killen. Oh, wenn ich ihn jetzt erschieße, würde er dann die ganze Zeit Niklas töten? Ja. Alles klar! Ja, er bremst! Ja, er bremst! Was denn? Mach doch mal bitte dein Dingens an, hallo? Du bremst gar nicht! Was? Willst du mir sagen, wir sind die ganze Zeit im freien Fall? Ja! Oh, bitte! Mann! Das Ding ist immer wieder hoch! Haha, safe trains before quitting. Nooo! Large atmospheric thruster. Construction component, Elastitude, Metalgrid und 1100 Motor. Okay, doch nicht. Ey, weißt du? Aufgrund der Gravity Pull, ne? Kann ich auf unserem Schiff laufen? Besser, lassen wir ruhig einschlagen. Fluckt uns nicht. Nein, Sebastian. Wollen wir uns das nochmal her schieben? Nein, wir starten aber von vorne. Also, bevor wir losgefahren sind und machen das dann vernünftig, ja? Ah, ich wollte jetzt aus dem Gravity Pull rausfliegen und nochmal das Schiff einfach da hinsetzen. Nein! Ich starte aber von kurz bevor und das erst nach dem Essen. Okay, darf ich trotzdem noch ein Schiff runterfallen lassen? Nein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich dritte, ich geh jetzt ins